Ich zeige dir heute, wie du Logic's Drummer als Multi-Output-Instrument anlegen und mit deinen eigenen Lieblingseffekten versehen kannst. Hallo, ich bin Martin und auf meinem Kanal lernst du Musikproduktion in Logic Pro. Logic's intuitiv bedienbarer Session-Schlagzeuger ist eines der beliebtesten Plug-Ins von Logic-Usern. Und obwohl es sehr, sehr einfach ist, realistisch klingende Drum-Grooves mit diesem Plug-In zu entwickeln, gibt es eine Sache, die ein bisschen nervt und das ist das Abmischen dieses Drummer-Instruments. Denn es fühlt sich nicht so wirklich richtig an, es fühlt sich sehr anders an, als die meisten Leute es gewohnt sind, indem sie jede einzelne Spur vorliegen haben und mit ihren Effekten versehen können. Und ich zeige dir jetzt zwei Möglichkeiten, wie das ganz einfach geht. Wir gehen ins Projekt. Ich öffne uns als erstes mal eine Drummer-Spur. Ich habe hier schon Drummer ausgewählt, gehe auf Erzeugen, mache hier die Bibliothek auf und jetzt gibt es zwei wichtige Sachen, die du zunächst mal unterscheiden musst. Wir haben hier zwei Möglichkeiten, Drum-Kits anzulegen. Zum einen sind das Producer-Kits, die findest du hier unten. Diese Producer-Kits haben auch alle so ein kleines Plus mit dabei. Diese Producer-Kits sind schon in Track-Stacks angelegt, das siehst du hier oben schon und hier kannst du schon die Einzelspuren alle sehen. Dann gibt es noch, ich nenne sie mal normale Kits und bei denen hast du nur die Möglichkeiten, fünf Spuren anzulegen. Du siehst jetzt also hier über diesen Producer-Kits, Slow-Jam-Routes, hier ist kein Plus daneben. Das sind Drummer-Tracks, die nur fünf Spuren haben. Wenn ich jetzt hier mal zum Beispiel anklicke, dann siehst du hier oben, wie sich das verändert und jetzt kann ich hier nicht die Einzelspuren aufklappen. Das sind zunächst mal zwei wichtige Sachen, die du unterscheiden musst. Wir fangen jetzt mal aber direkt an mit einem Producer-Kit. Ich suche mir erst mal den Drummer raus, den ich gerne möchte. Ich gehe mal hier auf Songwriter und dann auf Funky Songwriter. Funky Grooves gefallen mir ganz gut und dann gehen wir mal hier auf Motown Revisited, aber als Producer-Kit. Das ist hier, du siehst das Plus daneben, ich wähle es hier aus. Jetzt kann ich hier gleich nochmal einen zweiten verschiedenen Drummer-Track hier anlegen oder eine Region. Wir können das hier so ein bisschen vielleicht machen, dass er mehr Fill-Ins spielt. Und ich suche mir mal das hier raus und im zweiten Teil möchte ich jetzt zum Beispiel noch einen Schellenreif dazunehmen und möchte, dass er ein bisschen mehr über die Hi-Hat macht, so zum Beispiel. Und dann hören wir mal an, wie der Drummer-Track jetzt hier klingt für uns. Sehr schön. Okay, jetzt gehen wir mal in den Mixer rein und schauen uns die Sache hier an. Was du jetzt machen kannst, ist, du klappst hier über diesen Pfeil die Spuren auf und hast jetzt hier auch alle Spuren vorliegen. Die hast du übrigens auch hier jetzt vorliegen und wenn der Drummer spielt, siehst du auch, dass überall ein Signal ist. Das siehst du hier unten im Mixer auch und ich könnte jetzt natürlich hier auch, wenn ich wollte, einfach ein Verb auf meine Snare-Drum legen. Ja, wenn ich die mir im Solo jetzt spielen lasse. Das geht schon. Was allerdings ein bisschen komisch ist, was dir bestimmt auch auffällt, ist, dass du jetzt hier keine Audio-Wellen drin hast, keine Wellenformen. Das ist irgendwie richtig strange abzumischen. Und wir sind einfach gewohnt, dass wir hier diese Spuren drin haben, dass wir Regionen drin haben und vielleicht möchtest du an so einer Waveform auch mal was verschieben oder anders machen und das geht mit der Ansicht nicht. Und deswegen zeige ich dir jetzt einen Weg, wie du dieses Drumkit hier als Multi-Output-Drumkit exportieren kannst und dann wieder reinladen kannst. Dazu markiere ich jetzt hier alle Spuren bis auf die Hauptspur hier oben. Und du siehst, dass die Mixer hier auch markiert sind. Okay, ich muss noch das Solo hier ausschalten. Als zweites mache ich hier meinen Cycle-Bereich um den Bereich, den ich exportieren will. Und dann kannst du jetzt zwei Möglichkeiten machen. Du kannst entweder hier oben auf Ablage exportieren gehen und dann 16 Spuren als Audio-Datei oder du kannst den Tastaturkursbefehl Command-E wählen. Da bekommst du das gleiche Fenster hier. Jetzt hast du hier verschiedene Auswahlmöglichkeiten. Ich möchte, dass ihr nur den Cycle-Bereich exportiert. Du kannst hier das Format auswählen. Ich möchte also das Waveformat. 16 Bit ist okay und eine Datei pro Spur. Normalisieren möchte ich nicht, nur Übersteuerungsschutz ist okay. Und jetzt exportiere ich das in einen Ordner meiner Wahl. Hier habe ich mir schon Beispiel-Ordner angelegt. Das macht ihr jetzt. Wir können jetzt dieses Drumset komplett löschen und die Spuren aus dem Ordner hier reinziehen, ganz einfach. Ich ziehe die also hier direkt rein, diese 16 Spuren, als Audio-Spuren. Ich nehme jetzt neue Spuren erzeugen. Und jetzt habe ich mein Instrument hier direkt angelegt. Du siehst es auch im Mixer angelegt. Was jetzt natürlich sein kann, ist, du siehst, dass hier einige Spuren leer sind. Zum Beispiel hier Handclaps. Das ist hier leer, weil es in diesem Groove jetzt einfach keine Handclaps gibt. Die löschen immer raus. Die Room-Mics sind jetzt für diesen Groove hier auch nicht angewiesen oder für diese Soundauswahl hier jetzt. Und hier sind nochmal zwei leere. Tom 1 und Tom 2 spielt auch nicht. Die kannst du rauslöschen. Aber diese anderen Spuren hier, die spielen jetzt alle. Wir können es mal direkt abspielen. Und jetzt hast du hier deine Spuren direkt so vorliegen, wie bei einem richtig aufgenommenen Drum jetzt auch. Ich kann mir jetzt hier auch ganz normal einen Track-Stack anlegen. Ich nehme mal hier einfach Summen-Stapel. Und jetzt habe ich hier meine Drum-Spur, so wie du es gewohnt bist, auch ganz normal vom Mixen. Du könntest mir jetzt hier einen Kompressor drauflegen oder was auch immer ich möchte. Das wäre Möglichkeit Nummer 1. Bevor ich dir jetzt gleich Möglichkeit Nummer 2 zeige, ganz kurz noch, falls du neu in Logic bist, vielleicht von anderen DAW kommst, dich für Logic interessierst oder mal ausprobieren möchtest, aber dich noch nicht so richtig zurecht findest in diesem Programm, dann empfehle ich dir unbedingt meine Logic-Workflow-Checkliste. Da gebe ich dir 10 heiße Tipps, wie du Logic für dich individualisieren kannst und wie du wesentlich schneller in Logic arbeiten kannst. Das ist ein PDF, das habe ich dir unten im ersten Kommentar angepinnt. Da kannst du dir es runterladen. Jetzt geht es aber weiter mit Möglichkeit Nummer 2. Was, wenn du ein Instrument nutzen möchtest, ein Drummer-Instrument, das kein Producer-Kit ist, das also kein vorher angelegtes oder fertig angelegtes Track-Stack hat, kannst du das auch als Multi-Output-Instrument anlegen und runterbouncen. Ja, das kannst du und ich zeige dir jetzt wie. Ich öffne jetzt nochmal hier einen neuen Drummer-Track und du siehst, wir haben hier wieder unser Big Room-Kit, das er immer als erstes macht. Ich möchte jetzt aber kein Producer-Kit, sondern ich möchte ein normales Drum-Kit. Hier sind die Producer-Kits, ich wähle jetzt aber einfach Portland aus und jetzt siehst du schon, du hast hier kein Track-Stack, du siehst keine Multi-Tracks. Du kannst dieses Instrument aber hier im Drum-Kit-Designer als Multi-Ausgang festlegen. Und wenn wir jetzt hier in den Mixer reinschauen, dann siehst du hier unten ein kleines Plus. Okay, ich habe dir vorher gesagt, diese Nicht-Producer-Kits haben 5 Spuren. Das ist die erste, das heißt, ich drücke hier noch 4 Mal und sehe jetzt hier auch meine Spuren. Also ich habe jetzt hier die Kick, die Snare, die Toms, Hi-Hat und Percussion und die obere Spur hier funktioniert als Overhead-Funktion oder als Overhead-Spur, so rum. Du siehst also, wir haben 5 Spuren. Das ist jetzt hier ein bisschen tricky, weil du siehst das jetzt nur hier unten und hier oben siehst du es nicht. Dazu musst du wieder hier diese 4 Spuren markieren. Du gehst dann einfach per Rechtsklick drauf und gehst dann hier oben auf Spur erzeugen. Und das war es jetzt auch schon. Jetzt haben wir hier diese Spuren angelegt. Und du siehst auch hier wieder, dass die Spuren voll sind, das heißt, dass sie aufgetrennt sind und dass ich hier auch Einzelspuren ablaufen lassen kann. Ja, was du jetzt hier machen kannst, ist genau das gleiche, was wir vorher auch gemacht haben. Das heißt, ich markiere jetzt wieder alle, in diesem Fall alle Spuren, auch die obere, weil die ja als Overhead-Spur funktioniert. Und wir gehen wieder auf Command-Export. Genau wie vorher auch, der Cycle-Bereich stimmt. Und ich mache das jetzt hier wieder in meinem Beispiel Ordner 2. Wir exportieren es raus, können die Spur wieder löschen und ziehen jetzt die Spuren hier wieder rein. In diesem Fall sind es dann nur 5. Und auch hier siehst du, dass du alle Spuren hier wieder hast. Okay. Die du jetzt auch wieder mit deinen Effekten bearbeiten kannst, wie du möchtest. Jetzt interessiert mich deine Meinung. Hat dir das geholfen? Hast du das gewusst? Hast du dieses Problem auch gehabt? Denn ich bin wirklich diesbezüglich oft angeschrieben worden. Hast du dieses Problem auch gehabt, dass du Logic Strummer hier nicht als Multi-Output-Instrument exportieren konntest? Oder wusstest du das schon? Das würde mich interessieren. Schreib mir das mal bitte unten in die Kommentare. Falls du mehr über Logic Strummer wissen möchtest, dann empfehle ich dir auf jeden Fall dieses Video. Da habe ich eine zweiteilige Serie nur über dieses Drummer Plug-In gedreht, nämlich dir ganz genau zeigt, wie du intuitiv realistische Drum Grooves programmieren kannst, obwohl du selber gar kein Schlagzeuger bist. Ich bedanke mich jetzt ganz herzlich bei dir fürs Zuschauen, schicke dir viele Grüße aus Alicante und wir sehen uns beim nächsten Tutorial. Bis dann! 3 2 3 4